meine ehrenwerten damen und herren ich versuche mich an debuff diaz da ich mit diesem account ja auch debuff spiele dann könnte er ich weiß schon wenn er ersetzen könnte im stammteam minus acht prozent schauen uns doch mal kurz an hohe werte natürlich aktueller bühne festspiele bester doppelpass schuss lässt bisschen nach wer kann 520 momentum schuss hat von früher der sollte nicht als schützen einsetzen strafraum schütze hatte zwar ist aber auch ohne den schuss ein guter außenspieler gute passiv kann gut nach vorne kommen unterdrückung aufheben entschlossenheit und halten debuff empfehle ich also nur für debuff teams und los geht's 1 2 3 4 5 na los ok es ist kein feature es ist ein ssr und kein feature 1 2 3 4 5 das ist nichts 1 2 3 4 5 könnte was sein es ist ein ssr aber kein doch ein feature ist dabei doch welcher feature es ist der diaz ja toll und dem mit meinem scheiß main account kriege ich niemanden die ist schon nach zweiten step so ein bullshit china accounts wenn nur bevorteilt man fresse hier das war die heutige sendung ist dann tschüss ich warte bis drei minuten voll sind so und jetzt